Sie sind hier, vergrößern, verkleinern Manchester United will Jadon Sanko offenbar um jeden Preisurheberrecht getty Images 3. April 2019 11.26 Manchester United macht BVB Shooting Start Jadon Sanko offenbar zum Transferziel Nummer 1 und ist bereit dafür über 100 Millionen Euro zu bieten. Dem englischen Independent zufolge ist Jadon Sanko Manchester Uniteds Transferziel Nummer 1 für den Sommer. Real Madrid und Paris Saint-Germain sollen auch interessiert sein, aber dem Blatt erscheint ein Wechsel zu den Red Devils am wahrscheinlichsten. Glaubt man dem Bericht, ist United bereit, mehr als 100 Millionen Euro für den Shooting Star des BVB hinzulegen. Trainer Ole Gunnar Solskjaer möchte ein junges, schnelles Team zusammenstellen und wünscht sich dafür den jungen Engländer in seinem Kader. Sanko selbst würde lieber in Dortmund bleiben. Die Schwarz-Gelben überwiesen 2017 7 Millionen Euro an Manchester City, um den Außenbandspieler zu verpflichten. Die Schwarz-Gelben überwiesen. Die Schwarz-Gelben überwiesen. Die Schwarz-Gelben überwiesen um die Schwarz-Gelben überwiesen und des Mutfels. Die Schwarz-Gelben überwiesen haben ihn geimpft.